Wir müssen echt stehen, Leute. Unser Buff ist abgelaufen. Gleich mal wieder reinballern hier. Den machen wir mal. Fangen wir mit 4 an. Oha. Oh das war jetzt ein Fehler. Aber wir sind groß im Ausweichen. Das ist kein Problem für uns. Komm einhüt. Menschenskinder. Es ist euer Ernst. Euer scheiß Ernst. Pfff. Ah ok. Ah solange ich das dann benutze. Ok ok ok. Alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Und der greift von alleine an. Vielleicht nochmal durchballern. Jetzt ist er unser Mixer. Und nicht mal umfahrt ihr kriegt ey. So ein Autohit macht bei uns 12k. Falls ja einer ist der jetzt erst reinguckt. 12k weil. Uns wird 1390 angezeigt. Wir haben aber 139k Leben. 12k. Und ja. Schon komisch. Aber irgendwie haben sie da immer 2 Zahlen vergessen. Ok. Hexe sieht bestimmt gut aus das Outfit. Oh Gott. So ein Kleid oder sowas. Wie so ein Top hier. Endlich. Wissert ist für mich Eidexe. Irgendwie sowas. Da müssen wir mal gucken. Ich merke irgendwie hier durch. Mobs jagen. Levelts irgendwie gar nicht. Ich weiß damals noch. Das Chaos. Sinchaya reingeballert. Reingebrettert. Und hast beide Harpien. Eine Stunde gelevelt. Aber hier. Keine Ahnung. Finde. Auf. Wuh. Hop. Wuh. Vestigen. Wuh. Wuh. So. Dsch. Dsch. Oah. Wuh. Alles klar, jetzt gehen wir auf Map, auf Monster, suchen uns mal einen Lizard hier. Haben wir ihn nicht am Start? Können wir auch nicht hintracken. Nein, hier haben wir die. Alles klar. Äh, Junge. Oh, jetzt sind wir voll. Also den billigen Scheiß raus. So was hier zum Beispiel. So was hier. Nur das Wichtige einsacken. So was hier funktioniert. So was hier. Ja. 300 so, haben wir ihn gesackt einen noch das nehmen wir natürlich auch mit genau so und bevor wir dann das nächste machen düsen wir erst mal eine Stadt aber wir können ruhig noch die eine Quest hier machen die wir uns jetzt gibt und dann ist der Level ab und haben hoffentlich eventuell vielleicht einen neuen Skill auch kann ich hochleveln nur wie? hochmach ich bin sicher dass das hier schon besser ist da kann man hierfür kriegen wir unser geld wieder so läuft das doch so ist doch gut das haben wir noch gar nicht das stecken wir uns mal ein das kommt auch weg das ist nicht für uns oha magic attack minus 13 doch wir geben das auch zurück das legen wir an machen wir wieder ein bisschen mehr kohle so perfekte das geben wir ab, das geben wir ab, das auch, das auch, das auch jetzt haben wir 192k und haben so gesehen jetzt schlechtere ja nicht schlechtere jetzt hat sich, oh, entschuldigung, das hat sich schon gelohnt so an sich aber hat sich schon gelohnt bin ich der meinung ich denke mal, das hier ist geschick jetzt sind wir schon ein schönes geschick und ja und ja und ja jetzt wird mich mal interessieren jetzt wird mich mal interessieren und ja jetzt wird mich mal interessiert jetzt wird mich mal interessiert jetzt wird mich mal interessiert denn hier ist Niemals. Ich glaube das hier. Kann der mir nicht erzählen, dass es da ist? Auf jeden Fall machen wir jetzt mal hier wieder unseren... Was weiß ich? Easy peasy, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es da ist. Der will mich verarschen. Dass ich da bin, ist ja... Wem kommt der da gar nicht hin? Hawkstone Valley. Okay. Neuer Bogen. Mal schauen, wie der aussieht. Naja, ich finde jetzt den hier schicker, aber... Wir nehmen den trotzdem mal. So, was ist der da? Wir gehen mal erstmal in die Stadt. Ach so, es war hier drüben. Ach, können wir doch da hingehen. Hören wir gleich ein neues Portal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich da ist. Da ist nichts. Toll. Dann sagen wir doch auch mehr. Was soll das schon tief sein? openly auf das Ventil? Weil da das nur auf den裃en geboten bekommt,